Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Max und möchte euch heute etwas zum fachdidaktischen Konzept der ästhetischen Erziehung zeigen. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Das ist Herr Müller. Er ist Referendar an der Schwarnsiegrundschule. Hier unterrichtet er Sport, Deutsch und Mathematik. Neben ihm steht die Sportfachleitung der Schule Frau Schmidt. Beide unterhalten sich über die kommenden Unterrichtsplanungen, da fällt Herr Müller eine Frage ein. Frau Schmidt, sagen Sie mal, ich habe gestern im Seminar von meiner Seminarleiterin zur pädagogischen Perspektive Gestaltung von dem Konzept der ästhetischen Erziehung gehört. Es scheint ja in diesem Bereich mehrere Konzepte zu geben. Unter anderem die Psychomotorik, den künstlerisch-pädagogischen Ansatz, die Bewegungskünste, die kreative Bewegungserziehung und eben die ästhetische Erziehung. Das klingt ziemlich spannend, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den ästhetischen Ansatz wirklich verstanden habe. Können Sie mir dazu etwas sagen oder haben Sie vielleicht schon mal nach diesem Konzept unterrichtet? Na klar, das ist in meinen Augen eine tolle Sache. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, in der wir immer weniger lernen, auf unsere Gefühle und Empfindungen zu hören. Dieser Ansatz eröffnet einen Weg, um unser Leben bewusster wahrzunehmen und sich besser auszudrücken. Ich erkläre Ihnen gerne, wie der Ansatz zu verstehen ist. Schauen Sie, Herr Müller, das Konzept der ästhetischen Erziehung setzt sich aus drei Bereichen zusammen. Alle drei Bereiche sind absolut wichtig, um das Konzept zu verstehen und umsetzen zu können. Ich werde Ihnen die drei Bereiche erklären. Beginnen wir mit der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung oder auch die sinngetragene reflexive Wahrnehmung beschäftigt sich mit der sinnlich-körperlichen Reizaufnahme und Reizverarbeitung und dem damit Einhergehen-Erleben, also der Sinngebung dieser Reize. In der Fachsprache spricht man von der Aesthesis. Hierbei geht es nicht um die jegliche Wahrnehmungen, sondern um Wahrnehmungen, die Gefühle und Empfindungen, aber auch Gedanken und Vorstellungen auslösen können. Wie nehme ich zum Beispiel eine Musik oder eine Bewegung wahr? Es kann sein, dass die gleiche Bewegung oder die gleiche Musik subjektiv unterschiedlich bei einer Person ein positives Gefühl und bei einer anderen Person ein negatives Gefühl auslöst. Nehmen wir als Beispiel ein Lied aus der klassischen Musik. Bei der einen Schülerin oder bei dem einen Schüler ruft das Lied schlechte Erinnerungen hervor. Vielleicht erinnert es an negative Erlebnisse bei den strengen Großeltern, die immer klassische Musik hören. Jemand anderes aber spielt zum Beispiel sehr gerne Klavier und hört demzufolge auch gerne klassische Lieder. Es wird mit der klassischen Musik also viel Positives verbunden. Die Wahrnehmung hängt von subjektiven Erfahrungen, Einstellungen und auch von Situationen oder unterschiedlichen Gemütsverfassungen ab. Dies zu verstehen ist die Grundlage für die ästhetische Erziehung. Gestaltung ist ein Prozess der kreativen Formgebung. Dieser ist intentional und somit zweckbestimmt. Man spricht in diesem Zusammenhang von der sinngetragenen Gestaltung, der sogenannten Poesis. Es geht darum, etwas zu gestalten, das die eigenen Gefühle zum Ausdruck bringen. Das kann auf ganz unterschiedliche Weisen geschehen. So können Gefühle beispielsweise in diversen Farben, Klingen, Worten oder eben Bewegungen ausgedrückt werden. So könnte etwa Wut durch die Bewegungsqualität, wie zum Beispiel durch abgehackte Bewegungen, Bewegungen, die Töne erzeugen, wie zum Beispiel Stampfen oder Materialien, wie ein rotes Tuch, dargestellt werden. Grundsätzlich gilt, alles, was mit dem Gefühl verbunden wird, kann zum Ausdruck gebracht werden. Neben der Wahrnehmungsfähigkeit wird hier auch der reflexive Umgang mit den eigenen Gefühlen und Empfindungen geschult. Es wird plötzlich möglich, auch unsagbare Dinge auszudrücken, indem auf ein anderes Medium als die Sprache ausgewichen und dieses kreativ genutzt wird. Die Gestaltung ist also das Mittel der ästhetischen Erziehung. Um dem Aspekt der ästhetischen Erziehung gerecht zu werden, ist es wichtig, auch die didaktischen Voraussetzungen in den Blick zu nehmen. Grundsätzlich geht die ästhetische Erziehung auf der didaktischen Ebene von einem teiloffenen, induktiven Ansatz aus. Es werden konkrete Bewegungsaufgaben formuliert, die Widerständigkeit hervorrufen sollen und so die Schülerinnen und Schüler zur Verarbeitung von Wahrnehmung drängen. Können Sie mir die Kriterien für eine Aufgabenstellung näher erläutern? Ja, gerne. Man kann zwischen den Gestaltungskriterien wie Zeit, Raum und Form und den Ausführungskriterien wie Intensität, Stimmhaftigkeit oder die gezielte Verwendung von Materialien unterscheiden. Diese Kriterien können helfen, sich zu orientieren und sich auf einzelne Bestandteile zu beschränken. Sie geben eine Hilfe, die Fülle an Ideen, wenig greifbare Empfindungen, vage Vorstellungen und unklare Absichten zu strukturieren und zu ordnen. Erst mithilfe dieser Kriterien bzw. Gestaltungsparametern können Aufgabenstellungen präzisiert und konkretisiert werden. Es war auch die Rede von Prinzipien, die eine gestalterische Auseinandersetzung veranlassen, zu dieser motivieren bzw. diese provozieren können. Genau. Hier gibt es eine Vielzahl an Prinzipien. Die agierenden Personen können sich zum Beispiel durch verschiedene Gruppen oder Einzelaufstellungen ausgrenzen und ordnen. Zum Beispiel zu zweit eine Bewegungsfolge entwickeln, bei der nur zwei Füße und eine Hand den Boden berühren dürfen. Die Gestaltung durch regelmäßig wiederkehrende Einheiten rhythmisieren, zum Beispiel tänzerische Bewegungen in einem bestimmten Takt durchführen, mit gegensätzlichen Medien aber auch kontrastieren und polarisieren, zum Beispiel ausladende und ganz kleine Bewegungen. Sich ähnlich machen durch einheitliche Materialien, zum Beispiel durch Medizinbälle oder einheitliche Leibchen, verändern und verfremden, in dem zum Beispiel bei einem bekannten Spiel oder einer Alltagshandlung eine neue Regel ergänzt oder eine bekannte Regel verändert wird. Transformieren, also die Transformation von Bildern oder Musik in Bewegung oder von der Bewegung in Zeichnungen. Es kann zum Beispiel eine Musik abgespielt werden und die Schülerinnen und Schüler können sich dazu passend bewegen. Allen diesen Prinzipien ist gemeinsam, dass sie Widerständigkeit hervorrufen können. Ganz wichtig ist es jedoch, dass die Widerstände, die durch diese Prinzipien hervorgerufen werden, nicht zu massiv oder dominant sind. Damit sie nicht zu einer Überforderung führen, sollten sie in dosierter Form Reibungsflächen anbieten. Erst dann können Akteure zu neuen Erfahrungen angeregt werden. Auf welche Art und Weise könnte man nun im Unterricht agieren? Mir fällt spontan ein, dass die Kinder zunächst eine Gestaltungsaufgabe bekommen, bei der sie etwas nachmachen sollen. Das ist eine Möglichkeit. Hier ist allerdings zu beachten, dass der Kontext der Aufgabe auf die Kinder angepasst ist und man eine lebensweltnahe Situation schafft. Außerdem ist es wichtig, dass es sich trotzdem um eine ästhetisch gestaltende Aufgabe handelt und nicht das reine Nachmachen im Vordergrund steht. Die Kinder können sich auch an Umgestaltungsaufgaben oder sogar an komplett neuen Gestaltungen versuchen. Dazu ist allerdings ein gewisses Repertoire an Gestaltungsmöglichkeiten notwendig, um diese dann miteinander zu verbinden. Die Kinder sollten also behutsam an die Aufgaben herangeführt werden, ein Bewegungsrepertoire aufbauen und bestimmte Möglichkeiten der Gestaltung kennenlernen. Zur Vorbereitung können deshalb durchaus einfache Aufgaben hilfreich sein. Das klingt wirklich gut. Warum waren mir diese Möglichkeiten noch nicht vorher bewusst? Leider wird dieser Ansatz häufig etwas vernachlässigt. Umso besser, wenn Sie ihn nun für sich entdecken. Aber lassen Sie mich noch kurz den letzten Punkt ausführen. Abschließend ist im Rahmen der ästhetischen Erziehung die Reflexion und Rezeption wichtig. Dabei geht es darum, das ästhetische Handeln von anderen zu verstehen und auch das eigene ästhetische Handeln kritisch einzuordnen. Am Ende der Gestaltung sollten Fragen gestellt werden wie Wie habe ich mich dabei gefühlt, als ich die Bewegung ausgeführt habe? Oder was haben die Bewegungen, die Musik, die Geräusche der anderen bei mir ausgelöst? Das ist wichtig, um das ästhetische Handeln und Empfinden der Kinder immer weiter zu entwickeln, zu sensibilisieren und zu schulen. Man kann hier deutlich von einer Wechselwirkung von Wahrnehmung, Gestaltung und Reflexion sprechen. Wenn diese drei Punkte der ästhetischen Erziehung konsequent aufeinander bezogen und berücksichtigt werden, haben wir einen fruchtbaren Nährboden für Bildungsprozesse bei den Kindern. Ah, ich verstehe. Also bei der Wahrnehmung geht es wirklich eher darum, wie ich mich bei Bewegungen, Geräuschen, Farben oder Musik fühle. Also um meine subjektive Empfindung der Situation. Aus der Wahrnehmung heraus kann ich mich dann bei der Gestaltung selbst mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausdrücken. Dabei gibt es kein richtig und falsch, sondern ich drücke mich so aus, wie ich es fühle und zeigen möchte. Und in der Reflexion lerne ich sowohl meine eigenen als auch fremde ästhetische Bewegungen zu hinterfragen und zu verstehen. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja genau, Herr Müller. Ich denke, Sie wissen jetzt theoretisch, was die ästhetische Erziehung ist und wie Sie diese in Ihren Unterricht einbinden können. Nun können Sie sich an die Umsetzung in der Praxis machen. Ich hoffe, dass Sie mit den aufgezeigten Möglichkeiten einen noch vielseitigeren Sportunterricht anbieten können. So, und nun seid ihr an der Reihe. Überlegt euch ein Beispiel, wie ihr die ästhetische Erziehung umsetzen würdet. Ihr könnt dazu eine Sportart nehmen, die ihr vielleicht nicht direkt mit der ästhetischen Erziehung verbindet. Oder zum Beispiel auch das klassische Bewegungsfeld Tanzen. Probiert es einfach aus. Vielen Dank. Vielen Dank.